Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Felix Tested. In diesem Format teste ich immer mehrere Produkte und das auch gleich mit Wertungen versehen. Vorknöpfen werden wir uns dieses Mal das Thema Proteinsnacks. Konkret geht es um zwei Riegel und ein Pudding, letzterer sogar ein vegan. Was diese Snacks also am Ende wirklich taugen, das erfahrt ihr in diesem Video. Beginnen werden wir diese Folge mit dem Vision Protein Bar von Neosabs. Den gibt es mit White Coconut und Birthday Cake in zwei verschiedenen Varianten. Liegt preislich in der 15er Box vor irgendwelchen Aktionen und Rabattcode Felix10 bei 26,99 Euro. Und ist mir vor allem deshalb hängen geblieben, weil er mit seinen 35 Gramm doch verhältnismäßig mini bzw. präziser gesagt leicht ausfällt. Denn so klein wirkt er in Realität gar nicht. Aber durch dieses Gewicht kommt der Riegel halt auf lediglich ca. 130 Kilokalorien, was schon spürbar weniger ist als die meisten anderen Proteinriegel. Mein Nährwertvergleich mit allen Proteinriegeln, die ich in letzter Zeit getestet habe, der zeigt aber, dass der Energiewert pro 100 Gramm trotzdem nicht niedriger ausfällt als bei der Konkurrenz. Gerade im Vergleich zu meinem persönlichen Favoriten bei Neosabs, dem Neobar, würde ich die Nährwerte trotz der 3 Gramm mehr Eiweiß sogar als klares Downgrade bezeichnen. Ich habe jetzt hier exemplarisch den White Coconut Flavor genommen, aber der Birthday Cake Geschmack, der würde mit seinen 8,8 Gramm zwar in Sachen Fett nicht so reinhauen, wäre aber dafür mit seinen 41 Gramm Kohlenhydraten sogar die einsame Spitze in dieser Vergleichstabelle gewesen. Also großartig viel besser fällt dieser Geschmack leider auch nicht aus. Aus diesem Grund kann ich den Nährwerten trotz des hohen Eiweißgehalts auch eigentlich nur 2,5 von 5 Punkten geben. Die wenigen Kalorien sind also wirklich nur dem niedrigen Gewicht geschuldet. Dafür hat mich allerdings die Zutatenliste etwas mehr überzeugt. Mir gefällt beispielsweise, dass hier konsequent auf Zucker verzichtet wurde. Erst letztens hatte ich ja beim Geschmackspulver von Gannicus kritisiert, dass da diese stückigen Zusätze einfach nur typische und damit auch gezuckerte Industrieware war. Allerdings ist das bei Proteinriegeln zum Glück deutlich seltener der Fall. Und auch hier enthalten weder die Schokolade noch die Streusel oder sonstige andere Inhaltsstoffe irgendwelche vermeidbaren Mengen an Zucker, der in Maßen konsumiert natürlich nicht gleich schädlich wäre, aber trotzdem kann man den Verzicht darauf dann auch mal lobend hervorheben. Und auch sonst liest sich die Zutatenliste für einen Proteinriegel wirklich gut. Und mir gefallen beispielsweise auch Details wie die Tatsache, dass man beim Coconut Flavor passenderweise auch auf Kokosöl zurückgegriffen hat. Das einzige, was man anhand der Zutatenliste wirklich aktiv kritisieren kann in meinen Augen, wäre der Einsatz von Kollagenhydrolysat. Der steht zum Glück bei der Proteinmischung hier an letzter von insgesamt fünf Stellen, was so viel bedeutet wie, dass dessen Anteil von allen Proteinquellen am geringsten ausfällt und die Auswirkungen auf die letztliche Qualität des Eiweißes überschaubar bleiben sollten. Aber natürlich ändert das trotzdem wenig an der Tatsache, dass der Riegel damit nicht mehr als vegetarisch durchgeht. Von daher würde ich der Zutatenliste immer noch brauchbare vier Punkte geben. Einen Punktabzug gibt es wegen des Kollagens, aber wegen der geringen Menge bin ich da dann doch verhältnismäßig großzügig gestimmt. In Sachen Geschmack gefällt zumindest mir persönlich, dass wir es hier zweimal mit weißer Schokolade zu tun haben, weil ich die einfach unfassbar gerne esse. Aber gleichzeitig muss ich halt auch festhalten, dass der Vision Bar, und damit ist insbesondere der White Coconut Flavor gemeint, leider nur sehr wenig tut, um irgendwie besonders im Kopf zu bleiben. Das schmeckt nämlich in erster Linie einfach nur sehr süß und die doch überraschend natürliche Kokosnote, die macht sich leider eher sehr spät im Kau-Prozess bemerkbar. Und bis dahin ist das Geschmacks- bzw. Kauerlebnis leider herzlich unspektakulär. Der Riegel ist weder außergewöhnlich soft, noch besonders crunchy und tut so für mich in Summe einfach zu wenig, um wirklich herauszustechen. Etwas besser macht das tatsächlich dann der Birthday Cake Flavor, weil wir hier einfach durch diese Himbeerpaste in der Mitte durchaus eine etwas außergewöhnlichere Komponente mit vorfinden. Aber auch da finde ich das in Verbund mit dem sonst einfach nur sehr süßen Geschmack insgesamt etwas wenig. Das klingt jetzt zwar in Summe deutlich negativer, als die Riegel unter dem Strich wirklich schmecken, denn das tun sie trotz meiner Kritik immer noch. Aber durch dieses Unspektakuläre kann ich halt nicht mehr als 2,5 Punkte geben. Ich würde bei NioSubs also nach wie vor einfach zum NioBar greifen. Als zweiten Testkandidaten haben wir den neuen ESN-Designer Vegan Protein Pudding. Den Pudding, den gab es ja schon länger bei ESN, nur halt nicht in vegan, wie das jetzt der Fall ist. Der Preis ist deswegen aber zum Glück nicht höher angesetzt worden, sondern liegt immer noch bei den 14,90 Euro vor Berücksichtigung jeglicher Aktionen bzw. Codes. Für die Einordnung der Nährwerte habe ich auch wieder mehrere vergleichbare Produkte herangezogen. Dieses Mal aus Ermangelung an Erfahrung aber auch Produkte, die ich selbst jetzt noch nicht getestet habe. Aber die waren in diesem Falle vor allem deshalb nötig, weil der Designer Vegan Protein Pudding mein erster veganer Protein Pudding überhaupt war. Und im Vergleich zu den anderen beiden veganen Alternativen von in dem Falle jetzt ZEK Plus und Nutri Plus sieht man dann tatsächlich auch sehr deutlich, dass ESN hier nicht mit den besten Nährwerten überzeugen kann. Dass ESN schon länger diese Richtung einschlägt, zeigt auch der Vergleich des alten Protein Puddings auf Milchbasis mit der neuen Variante, weil auch hier zugunsten eines besseren Geschmacks ein deutliches Downgrade in Sachen Nährwerte eingegangen wurde. Und selbige Strategie hat man jetzt auch offensichtlich bei der veganen Variante angewandt. Eine höhere Wertung als 1,5 Punkte kann ich vor diesem Hintergrund also nicht geben. Das Eiweißprofil scheint hier aber auf jeden Fall in Ordnung zu sein. Leider ist es, im Gegensatz zu den Proteinpulvern bei diesen Snacks üblich, dass man sich auf Seiten des Herstellers eine Auflistung der Aminosäurenverteilung spart. Aber da das Protein hier zum Großteil aus Sojaprotein besteht, fällt die Proteinqualität alleine schon deshalb relativ hoch aus. Schließlich ist Sojaprotein isoliert eingenommen mit die hochwertigste pflanzliche Eiweißquelle überhaupt. Neben Soja kommen allerdings auch noch Mandelprotein, Sonnenblumenkernprotein, Ackerbohnenprotein und sogar noch eine kleinere Menge freies Leuzin zum Einsatz. Man kann hier also ESN trotz des fehlenden Aminogramms keine Vorwürfe deshalb machen, dass sie sich keine Gedanken um das Eiweißprofil gemacht hätten. Im Pulver selbst finden wir dann allerdings auch noch sogenannte Kakaobutterglasurstücke, sprich nochmal etwas festere Schokobestandteile, die jedoch, und das jetzt im Gegensatz zum Proteinriegel von eben, wieder aus klassischem Rohrzucker bestehen. Also ausschließlich positiv ist diese Zutatenliste leider trotzdem nicht. Das bleibt für mich in Summe aber das Einzige, was ich hier wirklich negativ hervorheben kann. Hat sich damit also eine 4,5 von 5 Punkte verdient. Geschmacklich wurde ich dann auch sehr überrascht, wie vergleichsweise intensiv und schokoladig der Pudding schon mit Wasser schmeckt. Normalerweise bin ich ja bei sowas nicht sparsam und bereite mir beispielsweise meine Pancakes immer mit Milch zu, aber das wäre hier meiner Ansicht nach fast schon eine Verschwendung, weil ich es einfach nicht als nötig ansehe. Und ebenfalls überrascht wurde ich dann auch noch von der dezenten Süße. Gerade bei ESN hätte ich mit einer sehr, sehr süßen Interpretation eines Schokopuddings gerechnet, aber das ist hier tatsächlich gar nicht der Fall. Zu kritisieren habe ich allerdings den Eigengeschmack des Sojaproteins, der sich schon deutlich bemerkbar macht und für mich auch das Offensichtlichste, wenn nicht sogar einzige Downgrade im Vergleich zur nicht-veganen Variante darstellt. Ich vergebe deshalb für den Geschmack 4 von 5 Punkte. Last but not least kommen wir dann noch zum Deluxe Protein Bar, erhältlich in den Flavors Banana Chocolate und Chocolate Peanut Caramel, der, wie man das von Bodylab nicht anders gewohnt ist, besonders wieder in Sachen Preis punkten kann. Sei es im Angebotspreis oder kombiniert mit Code Felix, wo der Preis sogar meistens sogar noch mal etwas tiefer liegt. Kritisch muss ich dann allerdings bei den Nährwerten werden. Auch hier zeige ich euch wieder meine Tabelle mit vergleichbaren Protein-Regeln aus der Branche. Und da fällt halt einfach auf, dass der Deluxe Protein Bar der Regel ist, der mit großem Abstand den niedrigsten Gehalt an Eiweiß aufweist. Insbesondere die 19 Gramm Fett bei der Variante mit den Erdnüssen hauen dann noch mal zusätzlich rein und können leider auch nicht mit einem besonders niedrigen Wert an Kohlenhydraten kompensiert werden. Ich vergebe an dieser Stelle deshalb nur einen von 5 Punkten. Das äußert sich dann auch bei der Zutatenliste, weil die Hauptproteinquelle, hier in Form von Milcheiweiß, nur sehr spät in der Liste auftaucht. Glücklicherweise erst noch mal ein paar Stellen dahinter, findet sich dann allerdings auch leider wieder das hydrolysierte Kollagen, was so viel bedeutet wie, dass auch dieser Riegel trotz des geringen Eiweißgehalts nicht frei von tierischen Inhaltsstoffen geblieben ist. Zumindest kommen aber dafür in diesem Riegel auch wieder keine unnötigen Quellen von Zucker zum Einsatz. Wobei es ehrlich gesagt auch an Zusätzen fehlt, wo potenziell Industrieware hätte verarbeitet sein können. Unter dem Strich sind das für mich dann also 2,5 und 5 Punkte. Abwertungen gibt es vor allem deshalb, weil ich davon ausgehe, dass der Anteil des wenigerwertigen Kollagens hier höher ausfällt als eben noch beim Wischenbar. Geschmacklich ist mir der Riegel vor allem wegen seiner soften Konsistenz im Gedächtnis geblieben. Besonders gut zur Geltung kommt das vor allem beim Banana Chocolate Flavor, weil hier im Gegensatz zur anderen Sorte keine Erdnussstücke enthalten sind und man dadurch beim Reinbeißen wirklich völlig widerstandslos durch die einzelnen Schichten gleitet. In Summe schmecken diese Riegel auch nicht ganz so eintönig süß, wie das noch beim Wischenbar von eben der Fall war. Und man merkt auch sehr deutlich, dass sich der Name Deluxe eindeutig auf den Geschmack bezieht. Besonders die Chocolate Peanut Caramel Variante, die Clearly an Snickers angelehnt ist, fällt schon sehr lecker aus und weiß seine Existenz als Proteinriegel auch echt gut zu verbergen. Es hat nicht ganz diesen Wow-Effekt, den ich mir anhand der Nährwerte erhofft hatte, aber trotzdem hat sich der Riegel noch sehr solide 4 von 5 Punkte verdient. Mit dieser Wertung bin ich aber dann auch wieder am Ende dieses Videos angekommen. Wenn ihr jetzt aber noch offene Fragen haben solltet, könnt ihr die natürlich unten in den Kommentaren noch stellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.